ja guten tag an der stemme waren heute schon spazierer gewesen deswegen mache ich jetzt mal ja bei einer kleinen pausen aufnahmen mit allzu lang nur ganz kurz ne war wunderbar wir sind oben rüber an der wälder vorbeigegangen und sind jetzt hier an der bank sitzen hier meine frau die schieder und sam und dolly ist gedanken bei uns ihr wisst ja was passiert ist muss ich nicht immer wieder wählen da tut mir auch zu weh also können die anderen drei schon mal guten tag aber wie man jetzt sieht dann ist jetzt die frau die hat bisschen erkältung oder sowas da ist einmal können wir gerade gucken hallo freunde ja immer noch ein bisschen in traurigkeit wenn man ja gerade am platz und ganz ganz dahin mal da rausgucke sieht wenn er zieht da das schlösschen und die kirche weil das jetzt ein bisschen bewölfen wird schwer sein zu sehen aber vielleicht hat der glück wenn ihr seht die wälder kennen auch schon man ja oft genug videos gemacht haben wo man da hinten weiß wie meine frau immer sagt wo der berg da ist da ist bonanza ist jetzt hier auf dem handy zu klein ansonsten würde da ist ein extra zucht rinder oder auch kühe mit langen haaren nicht wie ihr kennen von uns und ganz klasse fleisch ich denke wenn er da steaks kauft geht teuer und da unten ist die sprudelfabrik und hier hat man schöne mist gebaut ist noch mal die family zu sehen und hier hat man können wir schon mal die sauerei angucken was hier das forstwort macht man macht hier radikal mit der maschinen einfach die hekt kaputt ist eine sauerei so sieht aus der hochste hat er glaube ich auch schon gesehen wenn ich das jetzt weil die idioti freigemacht und besser da ist und hier von dem weg da und da hinter diesen bäumen hatte die jungbrülle stehen stehre halten die dann die mädchen decken und die zucht aufgestalten also sieht aus groß und ganz aber heute mal nicht so lange video aber wir gehen ja noch mal zurück und dann wieder mal mit kaffee trinken auf der sonne da oder passt an der stelle wünsche alle schöne sonntag liebe grüße geben an alle die uns abonniert haben sind mittlerweile 14 stück facebook ist ja auch schon wieder bekannt geben von mir dass mir jetzt wieder öfters videos machen nur zeit ist ja momentan mit der hand gegangen bin daheim geht jetzt momentan bis im 17 bin ich noch da und da wird es wohl nicht so oft mit videos klappen an der stelle bin ich auch mal den dennis der heidi im oscar die haben wir vorhin noch getroffen dennis mit oscar schönen sonntag und natürlich auch alle gern die unsere site besuchen und regelmäßig vorbeigucken und die abonnenten klar an der stelle ist mal schiss da kann meine frau noch schiss sagen und die selben schiller und dann mache ich halt mal kleiner video oder erst mal die frau noch zur woche kommen schiller schön noch mal schiss china da ist unser sem in dauerstellung schick wie ihn da steht ja ja gemeint ihr zum video bei kleinen und jetzt sieht den raben kommt zu worten unser hundchen tunchen ja ja ist klar hast rabe gesehen ja wie aufmerksam nissen ja ja danke er kommt zu wort schmeckt nicht das ist ja mal ist doch ja 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 seiche lieb so ne ja wie aufmerksam da steht ist jeder wie er reagiert da unten hinter mir läuft verläuft eine straße mit einem auto oder was ist er guckt er sofort beim kleinsten geräusch ist da als sollen ja eigentlich noch hat ich gut gemacht und ist auch schon wieder ein bisschen gewachsen und ist auch viel höher geworden lässt sich besser führen und alles noch prima ist verschmust bis dort hinaus das riesen baby ja so sieht aus bei an der stelle erzählt er jetzt wie mein frau schmust an der stelle euch noch ein schöner sonntag und ja bis demnächst